So gestern habe ich an meiner Nootone Lizard 1.8 eine kleine Modifikation vorgenommen und zwar habe ich hier hinten an den Bremsleinen eine Bremswaage die normalerweise zu einer Leine zusammengeknüpft ist nur an dieser Stelle eine Wurstschnur angebracht an beiden Seiten und einen Stopperknoten reingemacht und damit lasst sie sich an dieser Stelle mit einer Vierleiner Bremsschnur verbinden oder Bremsschnüren an beiden Seiten die Verbindungsleine zwischen den originale zwischen den beiden Bremsschnüren die habe ich gelassen und so an beiden Seiten einfach nur die neuen Leinen aus Wurstschnur angebracht angeknüpft und das Ergebnis sieht so aus so Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020